Trailer-Online, euer YouTube Team wieder hier mit dem Marcel und dem Produkt Battle for Zendika, dem Fat Pack. Ja, mach mal auf. Ja, machen wir auf hier. Was ist drin da? Wir haben drin neun Booster von Battle for Zendika. Wir haben drin ein Spindown Live-Gefühl, zwei Deckboxen haben wir drin. Dann haben wir 80 Länder drin. Genau. Und zusätzlich diesen Player's Guide. Genau. Also ganz einfach, was steht hier drin? Karten, ein bisschen Lore, also was geht ab auf Zendika gerade? Welche Planetswalker sind gerade da? Wir gucken da einfach mal kurz durch. Welche Titanen sind da? Und einfach mal ne Beschreibung von allen Karten, glaube ich sogar. Oh ja, das sieht danach aus, als hätten wir alle Karten von Battle for Zendika drin. Einfach mal zum Durchgucken. Ja, da könnt ihr euch einfach mal drüber schlau machen, was alles in Battle for Zendika drin ist und was da gerade abgeht auf dem Planeten. Genau, und dann haben wir hier wieder mal ein Poster, wie jedes Mal beim Fat Pack auf der Rückseite. Für die Leute, die da diesen Sammeldrang haben, die Poster zu sammeln. Ja, na gut. Machen wir auf die Kiste. Ja, machen wir auf die Kiste. Ja, wieder ne super tolle Box. Könnt ihr wieder Karten rein kloppen, bis zum Gegner. Dann haben wir halt zwei Deckboxen, wo man Karten rein kloppen kann. Für die ersten Decks, die ihr euch dann basteln werdet aus den neuen Karten. Genau, dann haben wir Länder. Immer ja, nochmal offen. Dann haben wir hier noch den Würfel, mit dem schönen Battle for Zendika Zeichen. Ich habe hier die ersten vier Booster, dazu die 80 Länder, die da drin sind. 50, hier nochmal 5 und Regelreferenzkarte, falls die Leute neu in Magic sind. Immer sehr praktisch, sowas dabei zu haben. Länder Box, natürlich die 80 Länder, alle Full Art. Sieht man natürlich sehr schön, ist sehr gut. Ein Land aus der alten Generation wurde immer reingepackt. Aber gehen wir jetzt auch zu den wichtigen Teilen, den Boostern. Genau, machen wir mal die Booster auf. Weck die Booster. Zack. So. Okay, sind wir jetzt so rum. Okay. Die Cummins gehen wir einfach mal so durch. Die sind nicht so... Das ist schon einmal diese neue Fähigkeit dieses Devote. Die Karte zwar eine Farbe hat, aber als Farblos gilt. Das ist schon mal ganz interessant in diesem Set. Rally, die alte Fähigkeit, die jetzt einen Namen bekommen hat von den Allies. Genau, die Allies hatten ja damals immer die Fähigkeit, dass sie triggern. Wenn eine andere Allies selbst ins Spielfeld kommen und das hat jetzt einen eigenen Namen, also ein eigenes Wording bekommen, das heißt jetzt Rally. Genau. So. Evolving Writes mit einem neuen Artwork. Ja, das finde ich sehr schön. So. Und da haben wir die erste Uncoming. Den Resolute Blademaster für 5 Mana 2-2 mit Rally. Und wenn er das Spielfeld betritt oder ein anderer L-Liter-Spielfeld betritt, kriegen unsere Kreaturen Double Strike bis zum Ende des Zuges. Nicht schlecht. So. Dann haben wir Turn Against für 5 Mana. Ein Instant, der Devote halt, also keine Farbe hat. Und wir übernehmen die Kontrolle einer Kreatur bis zum Ende des Zuges. Enttappen diese und sie hat Haste. Ja. Devote halt sehr stark, wenn man Schutz vor einer Farbe geben kann. Zum Beispiel durch Mutter der Runen. Ja. Kann hier nicht abgewehrt werden. Genau. Plated Step, Nand macht einen Mana oder für ein weißes und 3 Farblose können wir das opfern. Und wir kriegen 2 L-Lim für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Genau. Da gibt es den ganzen Cycle drum. Und dann haben wir hier schon eine Rare Eldrasi Kreatur für 3 Mana 3,2. Den Wasted Strangler mit Divoid. Und wenn er das Spielfeld betritt, packen wir die oberste Karte von unserem Gegner ins Exil. Ne. Von dem Exil in den Friedhof. Und wenn wir das tun, kriegt er eine Kreatur minus 3, minus 3 bis zum Ende des Zuges. Genau. Die neuen Eldrasis arbeiten halt sehr viel damit, Karten zu exilen. Und wenn wir die dann aus dem Exil wiederholen, haben die meistens dann Sonderfähigkeiten. Genau. Jetzt ist es weg. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwie was Großes ziehen können. Zack. Wieder die Comments geben wir relativ schnell durch. Anticipate mit einem Artwork. Ja, Anticipate. Furt im letzten Block schon gedruckt. Jetzt direkt wieder ein Reprint. Ist okay, das Artwork ist schön, also akzeptieren wir es. So. Dann haben wir, boah, ich muss mich mal hier woanders setzen. So. Den Fire Metal Mage für 3 Mana 2,2 mit Rally. Okay. Und wenn er das Spielfeld betritt oder ein anderer Eldrailer das Spielfeld betritt, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren. Menace. Menace ist ja auch ein neues Worlding. Das heißt, die Kreatur kann nur von zwei oder mehr Kreaturen geblockt werden. So. Dann haben wir den Sulapod Cutthroater für 2 Mana 1,1. Und wenn er oder eine andere Kreatur das Spielfeld verletzt oder stirbt, verliert jeder Gichtner ein Leben und wir kriegen ein Leben. Ja, also der kleine Bruder von Blood Arthest würde ich sagen. Genau. Ist also ganz gut. Ja. Kann man spielen. Ja. Dann haben wir Retreat to Valakut. Für 3 Mana ist das dann ein Enchantment mit Landfall. Also Landfall triggert immer dann, wenn ein Land das Spielfeld betritt unter unserer Kontrolle. Genau. Und dann kann man sich zwischen eins der beiden Sachen entscheiden. Entweder eine Kreatur kriegt plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Oder eine Kreatur kann nicht blocken bis zum Ende des Zuges. Ziemlich gut. Dann haben wir unsere Rare, den Nuyandar Royal Sharper für 5 Mana. 4,4. Und jedes Mal, wenn wir einen Instant- oder Sorcery-Spell spielen, kriegt der 3,1,1 Marken. Oder kriegt ein Land, was wir kontrollieren 3,1,1 Marken. Und das Land zählt dann als 0,0 Elemental-Kreatur mit Haste. Und ist immer noch ein Land. Ja, genau. Und man darf sich nicht irritieren lassen bei der Kreatur. Man denkt sich so, ja, wenn ich jetzt alle meine Länder zu Kreaturen mache, dann kann mir ein Gegner die ja alle abräumen. Aber man kann diese Fähigkeit tatsächlich immer wieder auf dasselbe Land anwenden. Das heißt, wir können nachher ein 12,12 Land haben, was nachher quasi die Eldrasis stompen kann. Genau. Aber zusammen mit den Eldrasis stompen. Und Pflanzentompen. Genau. Machen wir das nächste Päckchen auf. So. Die Comments gehen wir mal wieder schnell durch. Dann haben wir wieder jede Menge dieser neuen Eldrasis. Die kleinen. Da sind wir schon bei den Uncommens. Dann haben wir den Murasa Ranger für 4 Mana 3,3 mit Landfall. Also Landfall hatten wir ja gerade schon erzählt. Und in dem Falle müssten wir dann noch 4 Mana zahlen. Und wenn wir das machen können wir 2 Marken auf ihn legen. 2,1,1 Marken. Das heißt, er wird immer größer. So. Dann haben wir Depending Puls. Für 4 Mana ist das ein Enchantment. Und Kreaturen, die unser Gegner kontrolliert hat. Minus 1, Minus 0. So. Hedron Arche für 4 Mana ist das ein Artefakt, was uns 2 Mana generieren kann. Und für 2 Mana und Tappen und das Opfern dürfen wir 2 Karten ziehen. Eine Commander Karte wahrscheinlich. Ja, das ganze hatten wir ja im Commander auch schon. Genau. Das gibt es glaube ich für 6 Mana und dann macht das 3 Mana. Und für 3 Mana kann man es Opfern um 3 Karten zu ziehen. Also der kleine Bruder davon würde ich sagen. Dann haben wir als Rare den Planet Outburst für 5 Mana und zerstör alle Nonland Kreaturen. Was mit dieser Awaken Fähigkeit ist. Awaken 4 diesmal für 8 Mana. Wir können diese Karte auch für 8 Mana kasten. Und dann 4 1 1 Marken auf einem Land legen, was wir kontrollieren. und das wird dann wieder eine 0 0 Elemental Kreatur, die ein Land ist. Genau. Also selbst im Late Game bringt die Karte halt noch was. Und wir haben nach dem Reinigen des Boards halt immer noch unseren 4 4er Land, was dann weiter hauen gehen kann. Genau. Gute Karte für ein Kontrolldeck würde ich sagen. Gucken wir mal was wir hier haben. Dann haben wir wieder die ganzen Comments hier. Wie immer. So. Den Morasa Ranger hatten wir grad schonmal für 4 Mana. 3 3 mit Landfall, der sich 2 Marken machen kann. Genau. Gehen wir nicht lange drauf ein. Breaker of Armies mit 8 Mana 10 8. Und Eldrasi, der von allen Kreaturen geblockt werden muss. Wenn das kann. Beziehungsweise wenn er angreift, muss er von allen Kreaturen geblockt werden. Das ist wieder so ein Teil, was in Ralfs Kategorie fällt. Dicke fette Eldrasis, ja. Dann haben wir nochmal Retreat to Velocoon. Den hatten wir grad auch schonmal mit dem Landfall of Enchantment. Und dann haben wir eine Rare, das Scatter to the Winds für 3 Mana. Also 2 blaue und ein farbloses. Und wir können einen Spell-Counter als Instant und Awaken halt auch. Wir können das für 6 Mana casten und stattdessen noch 3 Marken auf eine Land legen. Genau. Das ist quasi ein Cancel mit dem Upside, dass wir einfach im Late Game, wenn wir das Mana offen haben, noch eine Kreatur machen können. Also aus unserem Land eine Kreatur machen können. Ja. Ja, ein Eldrasis Spawn-Token. Ja, ich glaub das sind keine Eldrasis Spawns mehr. Nee, in dieser Edition heißen die Eldrasis Skyns. Und die ganz, die guten Kollegen haben auch keine 0-1 mehr. Sondern die guten Kollegen haben 1-1. Uh. Ja, die können jetzt auch Schaden machen. Naja. Eldrasi ist erwachsen geworden. Selbst die Kinder können jetzt hauen. Na gut. Gehen wir mal hier wieder durch. Comments. Ah. Jetzt gehen wir nicht länger drauf ein. So. Sind wir bei den Ankommen angekommen. Äh. Weil er gerait 3 Mana Sternchen 5 mit Divoid. Also wieder keine Farbe. Obwohl eine Farbidentität. Und äh. Sagt, die ist so groß wie wir Kreaturen kontrollieren. Und hat Trample. Und Ingest. Ingest ist ja auch eine der Fähigkeiten von den neuen Eldrasis. Das heißt, wenn diese Kreatur Kampfschaden macht. Äh. Exiliert der Spieler unseres Gegners. Ja. Also wenn der Kampfschaden am Gegner selbst macht. Nicht an der Kreatur. Dann muss er die oberste Karte von seinem Deck exilen. Und die arbeiten halt damit. Die ganzen Eldrasis. Also zumindest die größeren fangen dann damit an. Plötzlich aus dem Exil alle Länder wieder zu holen. Oder Schaden zu schießen. Genau. Die werden dann schon richtig böse. Dann haben wir den Slap Hammer für zwei Mann an Equipment. Und wenn wir das an einer Kreatur equipen. Äh. Können wir einen Land zurück auf unsere Hand nehmen. Und wenn wir das machen. Kriegt die Kreatur plus zwei plus zwei bis zum Ende des Zuges. Equipment für zwei. Ja. Harmoniert halt sogar mit den Landfall Triggern. Falls wir keinen Land mehr auf die Hand nehmen. Können wir es schön equipen. Und zack. Nehmen wir das Land wieder auf die Hand. Spielen es direkt wieder aus. Und haben die ganzen Landfall Trigger. Genau. Hier haben wir Retreat to Coralheim. Für drei Mann das blaue Enchantment. Da gibt es auch einen Cycle für jede Farbe. Und zwar auch das Landfall Land. Und entweder tappen wir oder enttappen wir eine Kreatur unserer Wahl. Oder wir machen Häsig 1. Ja. Und um die Karte gibt es glaube ich auch. Da wird gerade schon eine Kombo gebastelt im Modon. Natürlich. Ja. Mit dem Knight of the Relequiry. Jeder kennt ihn wahrscheinlich. Drei Mana. Zwei. Plus eins. Plus eins für jedes Land im Friedhof. Und man kann ihn enttappen um ein Land zu sacken. Und ein neues rauszusuchen. Was natürlich dann wieder ein Landfall Trigger ist. Dass wir den wieder enttappen können. Und wieder weiter suchen können. Yay. Na gut. Dann haben wir hier als Rare übrigens Inside für fünf Mana eine Sorcery. Wobei Scribe X. Wobei X die größte Converted Mana kostet an Permanenten die wir kontrollieren ist. Und dann ziehen wir drei Karten. Ja. Ja. Geschlecht Commander Karte. Sehr stark im Commander. Ja ich denke auch. Also Commander und auch Solide mit den Elterasis. Wenn man da einfach mal für acht scryen kann. Und sich dann quasi alles raussuchen kann was man braucht. Drei Karten ziehen ja. Ah das ist stark. Ja. Ich denke mal im Standard wird das Constructed Play sehen. Weil es für fünf Mana immer noch drei Karten ziehen ist. Ja ich bin jetzt nicht der Standard Profi aber. Ja. Ja was hatten die vorher. Jason Inside. Das konnte das Scryen nicht. Aber er hat drei Karten gezogen und wurde auch gespielt. Dann gehen wir davon mal aus. Anticipate wieder. Mit dem schönen Unwork. Ja den nehme ich mir gleich raus und packe den in meinen Ordner rein. So dann sind wir bei den Uncommons. Dann haben wir Rolling Thunder für X und zwei rote. Und das ist eine Sorcery und die macht X Schaden an einer beliebigen Anzahl an Kreaturen oder Spieler unserer Wahl. Ja. Die wir so aufteilen wollen wie wir können. Wie wir Mana haben vor allen Dingen. Ja. Ja. Dann haben wir Horrible Auri. Für zwei Mana ist das ein Instant. Wieder mit die Void. Und wir können einen Kreaturen Spell mit Converted Mana Kost von vier oder weniger Countern. Und der geht stattdessen ins Exil anstatt in den Friedhof. Also der ge-counterte Spell. Ja. Typischer Counter. Dann haben wir den Jaded Offshot. Für einen Mana ist das eine 0,3er Defender Kreatur. Bei Landfall und wenn Landfall Trigger hat kriegen wir ein Leben. Das ist ganz gut. Ja. Die Blöcke hatten ja alle ihre Mauern. Ob es ja der Ox war für 0,4 oder ob es das Starwool Sheep oder wie es hieß war. 0,5 und jede Runde ein Leben. Nix Fleece Ram. Genau. Also die hatten ja immer ihre Blocker. Und da haben wir schon... Ein... Ein Tabland. Genau. Ein Manland sogar. Wow. Genau. In diesem Cycle gibt es ja die neuen Manlands. Genau. Jetzt werden erst zwei gespoilert und im nächsten Block kommen wahrscheinlich die nächsten drei. Genau. Da haben wir meiner Meinung nach das bessere von den beiden erwischt. Das ist halt blau und grün, kommt getappt ins Spiel und kann für vier Mana zu einer 3,3 Kreatur werden, die Hexproof ist. Also das ist richtig schwer abzuräumen, weil es ist halt nur aktiv in unserem Zug. Und da kann man es halt nicht mit Spot Removal loswerden. Und wenn der Gegner dran ist und seine Socialities oder Board Wipes losballern will, dann ist es ein Land. Ist halt ein bisschen blöd. Genau. Aber halt top, wenn man es selbst spielt. Richtig. Und da haben wir sogar noch eine Fallout Numbered. Sehr schönes Artwork. Ja. Und ein Land und eine Pflanzentucken. Ja. Dann haben wir nur noch drei Packs. Dann sind wir auch schon durch. Hau rein. Also bis jetzt würde ich sagen, können wir ein Eli Deck bauen. Das ist wohl wahr. Elias hat nur genug. Opa. Jetzt fehlt noch ein richtig dicker Klopper von den Eldrasis und dann können wir hier Eldrasi gegen Elias spielen und dann gehts los. Ja gut. Dann gehen wir mal hier wieder durch. Etas Reap. Kennt man auch die Karte. Ja. Genau. Commons wieder hier. Mal relativ schnell durchgehen. Bei den Ankommens haben wir den Processor Assault. Für zwei Mana ist es eine Sorcery, die zusätzlich zu ihren Mana Kosten noch eine Karte aus dem Exil in den Friedhof legen muss. Und wir dürfen dann fünf Schaden auf eine Kretto schießen. Ja. Das ist okay. Vor allen Dingen halt mit der Fähigkeit von den Eldrasis Sachen in Exil zu schicken. Ja. Ja, man kann ja auch lustige Spiele damit machen. Also man kann zum Beispiel Kitchen Finks reinbringen. Ja, ne nicht Kitchen Finks, sondern Flicker Wisp. Ja. Und die Karte geht ja kurz ins Exil und dann kann man die Karte aus dem Exil vom Gegner damit in den Graveyard holen. Ja. Und dann ja. Also du hast den da... Ist halt gut. Richtig coole Sachen mitmachen. Dann haben wir Windrailer Patrol für fünf Mana, vier, drei fliegend. Und jedes Mal wenn der Kampfschaden an einem Spieler macht, dürfen wir Skry 2 machen. Ja. Da haben wir nochmal die Judged Offshot. Den hatten wir gerade schon. Die nur drei Landfall. Ja. Und hier haben wir noch den Beastcaller Seven für zwei Mana, eins, eins Haste. Und den können wir tappen für eine beliebige Farbe, damit er eine beliebige Farbe macht. Und das können wir aber nur für Kreaturen Zaubersprüche machen, aber das ist okay. Aber dafür Haste ist halt super geil, weil er kommt rein und bezahlt sich quasi schon... Selber. ...zu Hälfte selbst. Genau. Ja. Und dann haben wir unser Land und ein Eldrasis Kian. Ja. Ja. Gucken wir mal. Wir schaffen doch noch was Großes hier. Mach die Wuste nicht kaputt. Doch. Ich mach die Wuste kaputt. So. Also nochmal die Comments. Kann ich nochmal das Lens sehen? Ja. Also den Zeichen finde ich super. Ach so die Lens manche. Genau. Auch ähm. Also einfach klasse. Einfach klasse. So. Und was. Jawohl. Also damit mana screw zu gehen ist ja kaum möglich. Kommt ins Spiel. Getappt zwar, aber wir dürfen uns die obersten 5 Karten durchsuchen und wenn es Standardland dabei gibt, dürfen wir es auf Hand nehmen. Das ist toll. Ja. Dann haben wir den Drug Shambler für 2 Mana 1-1 und wenn eine andere Kreatur stirbt, die wir kontrollieren, kriegt er eine 1-1 Marke. Ja. Oh. Da haben wir den mehr verwiegen L.A. Den Growth Tender Druids für 4 Mana 3-3 mit Rally. Also wenn ein L.A. das Spielfeld betritt, passiert irgendwas. In dem Fall können wir dann ein Mana bezahlen, ein Farblos und wenn wir das machen, kriegen wir einen 1-1 grünen Pflanzenspielschein ins Spiel. Warum kein L.A.? Wenn wir das wieder schwingern. Genau deswegen. Super. Jetzt hätte ich kein Problem damit. Dann haben wir Encircling Fissures. Für 3 Mana ist das ein Instant, der allen Kampfschaden, den wir kriegen, die Kreaturen unseres Gegner machen. Negieren. Mit Erwecken 2 für 5 Mana und dann können wir 2 1-1 Marken auf ein Land legen. Genau. Dann können wir quasi den Schaden negieren und dann noch sagen, unser Land ist jetzt eine Kreatur und ich block deinen Tod zum Tod, weil nur deine Kreaturen keinen Schaden machen. Genau. So. Und da haben wir das andere Manland. Da haben wir das andere Manland. Champling Band. Genau. Macht Schwarz oder Weiß, kommt auch getappt ins Spiel und für 3 Mana wird es zu einer 2-3 Kreatur mit Lifelink. Also ist jetzt nicht ganz so lieb wie das andere, weil nicht Hexproof und nicht Bolt sicher, aber Lifelink kann dann doch teilweise relevant sein, wenn wir uns dann beim langen Grinding Match einfach gegenüberstehen, wo es einfach nur noch um Topdecks geht. Vor allen Dingen mit den Awakened Fähigkeiten können wir die auch noch pushen. Ja genau. Ja. So, da haben wir den Forrest und wieder einen Token und dann sind wir auch schon beim letzten Booster. Genau. Und im letzten Booster ist dann die Sandika Expedition, weil hier gibt es ja die Expeditions. Ganz heiß erwartet. Das sind einfach, ich glaube die 25 besten Länder, die es jetzt gab. Also außer die natürlich auf der Restricted Liste, die da draufstehen nicht. Aber sonst halt Fetchies, Shocks und die neuen, alle in Full Art Artwork und in Feuer. Also richtig klasse. Ja. Dann haben wir nochmal die Comments, die ganzen Eldrasis, diese Drohnen, die Eldrasis schicken. Ja, genau. Dann haben wir den Tajuru Warcaller für 5 Mana, ist der 2-1, ist ein Ally und hat wieder diese Ready-Funktion und wenn ein Ally oder er das Spielfeld betritt, kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, plus 2 plus 2 bis zum Ende des Zuges. Das hört sich solide an. Ja. Ist zwar ein bisschen teuer zum Cast und hat halt selbst nur eine 1 hinten, aber dafür kann er die ganze Armee einmal pumpen. Vor allen Dingen mehrmals, ne? Naja, du kannst ja... Jedes Mal wenn Ally das Spielfeld betritt. Genau. Da haben wir den Catacombs Stifter für 3 Mana, 2-3, die Eldrasis Drohne mit die Void wieder. Und wenn er ins Spielfeld betritt, kriegen wir dann den 1-1 Eldrasis Skion Token, den wir opfern können, um ein farbloses Mana zu generieren. Und jedes Mal wenn eine Kreatur stirbt, Scry 1, also synergiert sehr schön. Wir können den Token holen, können den Opfern Mana machen und Scry. Sehr gut. Dann haben wir den Core Blade World für 2 Mana, 2-2, wieder einen Ally mit Rally. Und wenn er oder ein anderer Ally das Spielfeld betritt, kriegen unsere Kreaturen First-Trike bis zum Ende des Zuges. First-Trike mich zu unterschätzen, First-Trike ist sehr, sehr stark. Und da haben wir unsere Rare, den Akum Hellkite für 6 Mana, 4-4 fliegend mit Landfall. Und jedes Mal, wenn ein Land unter unsere Kontrolle ins Spiel kommt, schießt er einen Schaden auf einer Kreatur oder einen Spieler. Und wenn es ein Mountain ist, macht er 2 Schaden stattdessen. Ja. Dann haben wir noch den Mountain und einen Eldrasis Skion Token. Ja. Ja. Das war es auch schon wieder gewesen. Ja. Alle Packs gecrackt. Genau. Ja. Dann sehen wir uns schon im nächsten, würde ich sagen. Ja. Wir sehen uns wieder. Bis dann.